Ich bin die Johanna Mittermeier und gehe in die dritte Klasse Volksschule. Ich bin zu einer Akademie gegangen, wurde Klimabotschafterin. Mit drei Freundinnen von den Umweltkids werden wir heute eine Zuführung bekommen. Dann haben wir 1.000 Euro zusammengekommen und die werde ich heute der Jane Goodall überreichen und mit ihr gemeinsam einen Baum pflanzen. Warum sollte die Leute unterstützen Jane Goodall und der Jane Goodall-Institut Austria? Weil die Institut wirklich, wirklich arbeiten, um die Welt zu machen, für die Menschen, für die Tiere und für die Umwelt, die wir alle sharen haben. Und weil es eine fantastische Team von Leuten ist, weil wir ein Jugendprogramm mit mehr und mehr Menschen beschäftigen, weil in Afrika jetzt, der Austrian-Institut ist, re-planting und protecting large areas of forest und das alles hilft, um die Klimawandel zu reduzieren. Über die Jahre, mein Arbeit mit den Chimpanzeen hat die Menschen zu verstehen, und die Menschen zu verstehen, dass wir nicht von den resten von der Umweltkinderung sind. Wir sind ein Teil davon. Und das gibt uns eine neue Respekt für alle andere fantastische Tiere, mit denen wir die Planeten haben. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Hello! But also, people should support this work because it's very obvious that if you want to conserve the wilderness, the only way you can do it is to have the support and partnership of the people living in poverty around that area and that's one of the things I'm proudest of because we really are making a difference in den Händen von hunderten und hunderten Menschen rund dem Gombi National Park in Tanzania. Was für uns Kinder auch ziemlich wichtig ist, weil jetzt weiß ich, dass ich etwas tun kann und denke nicht nach, dass wir Kinder überhaupt nichts machen können.